Jetzt geht's los, jetzt genau. So, die Mädels sind unterwegs für diesen ersten Frauenjahr, also manche in ihrem ersten Frauenjahr und andere, denen er sich dabei auch ganz schnell geht, wieder an Christine Salterberg. So, jetzt hat sie wieder gebrannt hier, Stimmung auf der Familie an der Laune, sie gucken einmal noch vorbei, Mitte 79, Christine Salterberg. Die dritte der deutschen Meisterschaften, die wieder an ihre Zeiten anknüpfen will, als in der Juni ganz erfolgreich war, auch international gestartet und das will sie jetzt auch in den nächsten Frauenjahren natürlich zeigen. Christine Salterberg, nächste Hürde, da tanzen sie sich durch viel von knapp über 40 Minuten.